Du willst dir schnell Dinge in einer bestimmten Reihenfolge merken? Dann könnte die Loki-Methode hilfreich sein. Dabei verknüpfst du bestimmte Dinge mit einem vertrauten Ort. Daher leitet sich auch der Name ab. Locus bedeutet im Lateinischen nämlich Ort oder Stelle. Einfaches Beispiel. Stell dir vor, du musst die fünf größten deutschen Bundesländer sortiert nach ihrer Einwohnerzahl auswendig lernen. Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen. Dafür suchst du dir erstmal einen vertrauten Ort aus, also zum Beispiel dein Zimmer. Dann erstellst du analog zur Liste mit den Bundesländern eine Rangfolge von fünf Dingen nach ihrer Größe. Zum Beispiel Bett, Schrank, Schreibtisch, Stuhl, Lampe. Dann verbindest du die beiden Listen im Kopf. Bett, NRW, Schrank, Bayern, Schreibtisch, Baden-Württemberg, Stuhl, Niedersachsen und Lampe, Hessen. Und wenn du die Reihenfolge der Bundesländer dann abrufen musst, gehst du im Kopf dein Zimmer ab. Vom größten Gegenstand bis zum kleinsten. Beim nächsten Mal kannst du es direkt mit einer größeren Liste versuchen. Und jetzt musst du dir nur noch merken, uns zu folgen. Das geht klar, oder?